He's alive! Ich habe gerade auch schon angefangen zu bauen, aber ich hatte das Mikrofon nicht angeschlossen und zwar habe ich mich für einen schweren Kreuzer entschieden. Wir können einen schweren Kreuzer, ein Schlachtschiff oder einen leichten Kreuzer machen. Einen mobilen, schweren Kreuzer, der mit Krupp-2-Panzerung bebaut ist, einen experimentellen Dampfmotor hat, sage ich mal, und 17.000 Brutoregister als Limit hat. So, ich würde jetzt gerne mich erstmal um die Aufbauten kümmern. Wir nehmen natürlich Front Tower 3, immer das Beste. Secondary Tower nehmen wir dann auch 3. So, Geschütze. Würde ich tatsächlich so weit gehen und sagen, dass wir ein relativ kleines Kaliber nehmen, damit wir möglichst kurze Nachladezeiten haben. Nehmen wir mal 17,8 cm vorne und hinten. So. Und dann nehmen wir als Sekundärbewaffnung 10,2 cm auf einzelner Fette. Zack. Hier hinten vielleicht noch einen drauf. Geht das? Äh, sieht nicht so aus. Äh, ne, sieht schlecht aus. Ne. Möchte er nicht. Dann nehmen wir halt Kasse Matten 10,2 cm. Zack, zack, zack. Das ganze Schiff voll mit Waffen. Ihr kennt das Prozedere. Alles voll. Das Ding muss eine Ballerbude sein. So, dann brauchen wir natürlich noch... ...ein paar Schornsteine. Möhm, kriegen wir da ungefähr die gleichen. Ja, so ungefähr. Ähm, dann... ...Range Finder, also Zielsuchmaschine, sage ich. Zielsuchmaschine ist so ein blöder Begriff. Halt, wie formuliert ich das jetzt? Zielsucher. So. Nehmen wir natürlich den Verbesserten. Wir nehmen... ...leichte Granaten, damit wir halt eine schnelle Feuerrate haben. Wir nehmen weißes Pulver, würde ich sagen. Oder ist irgendwas, was... ...shell-damage. Wir nehmen mal Lydid. Kenne ich gar nicht. Weiß nicht, was das ist. Ich kenne mich mit Chemie nicht aus. Elektrische Türme natürlich. Und verbessertes Nachladen. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch ordentlich Geld übrig. Aber das Gewicht von unserem Schiff ist nicht so optimal. Dann würde ich so weit gehen und sagen, dass wir noch... Äh... Kann man noch irgendwas gegen das Gewicht tun? Nee. Dann würde ich tatsächlich so weit gehen und sagen, dass... ...wir die Panzerung noch ein bisschen verbessern. Sofern es möglich ist. Dass die Deckpanzerung auf jeden Fall auch... ...mehr als ausreichend vorhanden ist. So. Machen wir mal... ...jewals 5 cm auf dem Deck. So. Ballcats lassen wir mal Minimum. Also Schotten werden wir, denke ich, nicht brauchen. Hoffen wir einfach mal. Natürlich werden jetzt auch die... ...Ultimate Admiral Folgen auch auf 15 Minuten. ...runter geschnitten. Also halt... ...ich nehme zum Beispiel 2 Stunden auf und schneide 15 Minuten Folgen draus. Also halt 15 Minuten Cut, 15 Minuten Cut und so weiter. Damit es halt ansehnlicher bleibt. Und auch vom Upload her schneller geht. So. Ich würde sagen, die Kyoto ist soweit bereit zum Einsatz. Und wir schauen einfach mal, was sich machen lässt. Ich hätte das Geld eigentlich gar nicht nehmen müssen. Wir haben nicht mal die Hälfte des Geldes aufgebraucht. Na gut. Schauen wir mal, ob das was wird. Ich bin ja relativ pessimistisch, weil wir das jetzt immer auf die Schnauze gekriegt haben. So. Auf jeden Fall zwei von unseren Kreuzern gegen drei schwere Kreuzer des Russischen Reichs. Schauen wir einfach mal. Im Norden ist Nebel gesichtet worden. Dann fahren wir auch mal Richtung Norden. Wir beschleunigen die Zeit natürlich. Damit das Ganze ein wenig flotter geht und wir hier nicht noch morgen sitzen. Das ist jetzt unser Schiff im Einsatz. Auch schon unter Beschuss. Wir sehen den Gegner leider noch nicht. Aber wir können sagen, dass der ungefähr da rumschießt. Da sind sie. Aber unsere Schiffe sehen sie halt noch nicht. Da sind sie. Jetzt haben unsere Schiffe auch planen, wo sie hinschießen müssen. Das heißt, unsere Schiffe eröffnen das Feuer auf die Kreuzer. Wir schauen uns die russischen Kreuzer mal eben schnell an. Gut. Die sind ein bisschen mehr bewaffnet. Die haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Geschütze auf uns gerichtet. Das ist natürlich nicht schön. In Amort hat der Tatsache, dass sie auch ein Schiff mehr haben. Dann hoffen wir mal, dass unsere Schiffe... ...durch die Panzerung ein wenig Bonus haben. Der erste brennt schon von ihnen. So, wir drehen leicht bei, dass wir Breitseite nicht ganz zeigen, aber nur ein kleines wenig. So. Wir sollten auf jeden Fall nicht frontal drauf fahren, weil dann haben wir ein Problem. Weil die werden uns nah in Nähe auseinandernehmen bis zum Gehtnichtmehr. Aber bis jetzt treffen sie ja noch nicht so gut. So, jetzt kommt natürlich die schnelle Feuerrate uns zugute. Worauf ich halt sehr Wert gelegt habe. Wir verlangsamen das Ganze einfach mal ein bisschen. So, jetzt gab es hier den ersten Wirkungstreffer auf der Kyoto. Aber nichts Großes, nur ein Brand. Das kann man halt nur... Oh, der zweite Treffer. Der... Die... Der Antrieb wurde beschädigt. Genau, Antrieb ist das so. Mit Griff, den ich gesucht habe. Und wir haben einen Wassereinbruch. Im Achtern. Das ist natürlich schlecht, weil wir haben uns natürlich für keine Schatten entschieden. Das heißt, das Ding läuft jetzt voll. Denke ich mal. Oder? Rein logisch müsste das Ding voll laufen. Ja, jetzt haben wir nochmal Wassereinbruch. Das heißt, das Ding sackt jetzt im Prinzip so weg. Ich würde tatsächlich so weit gehen. Wir gehen nochmal raus. Wir haben jetzt auf jeden Fall gesehen, wo die Schwäche ist. Wir werden definitiv mehr Schotten brauchen. Und vielleicht ein wenig langsamer unterwegs sein. Dann hätte ich aber ganz gerne verstärkte Schotten. Und vielleicht auch noch... Doppelt... Oh, wir haben das Gewicht perfekt ausgeglichen. Doppelt beplattet ist das Wort, das ich gesucht habe, genau. Mh... Können wir sonst noch irgendwas machen? Ein paar Betten vielleicht. Ja, okay, das ist halt alles Gewicht, ne? Könnte halt natürlich Granaten rausnehmen, aber das bringt uns auch nicht weit voran. Wir versuchen es jetzt einfach mal so. Jetzt haben wir Schotten. Sowohl... Wir haben sie vorhanden, als auch... Ähm... Was ist der Begriff, den ich suche? Der Begriff, den ich suche, ist... Äh, verbessert, genau. So, versuchen wir es nochmal. Fehler gehören natürlich dazu. Das wäre ja auch langweilig, wenn man immer gewinnen würde. Jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht in unser Schiff reinkrachen. Leider kann ich die auch nicht kommandieren. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass die nicht auf mich einlenken sollen. Ja, okay, der erste Transporter steht schon in Flammen. Das ist natürlich sehr kontraproduktiv. Wir sollen nämlich alle überleben. So, Izumo, wenn du jetzt nochmal einen Befehl befolgst, wäre das natürlich super. So, jetzt haben wir auch wieder Sichtkontakt. Diesmal wieder andere... Ne, die gleichen Schiffe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie besser performen. Gut, den ersten Transporter haben sie soweit schon mal unter Wasser gesetzt, sag ich mal. Und jetzt kommt mir so vor, als wenn die die Effekte und die Grafik verbessert hätten. Es kann auch sein, dass ich einfach... Ich hab die Grafik höher gestellt, stimmt, ja. Okay, ich ziehe meine Aussage somit zurück. Oh, unser Transporter wird so in Stücke geschossen. Wahnsinn. Aber wir treffen auch nicht, ne? Das ist natürlich problematisch. Okay, wir haben mal getroffen. So, der erste Transporter ist Geschichte. Somit ist die Mission gescheitert. Dann müssen wir uns ein bisschen... reinfuchsen jetzt. Ich würde tatsächlich ein neues Design wählen. Mit verbesserter... Panzerung, oder? Spiel, du bist jetzt nicht abgestürzt, oder? Spiel. Ne, da ist das Spiel. Wunderbar. Äh, und zwar mit... besseren Geschützen. Dass wir halt vielleicht besser treffen. Und diesmal würde ich sogar ein Schlachtschiff nehmen, oder? Ne, wir nehmen wieder einen Kreuzer. Einen langen Kreuzer. Schottenbiss zum Abwinken. Wir machen mal Many. Wieder unsere Dampfturbine natürlich. Jetzt haben wir halt weniger Geld, aber wir haben eben gerade nicht im Ansatz das Geld aufgebraucht. Von daher sollte das eigentlich funktionieren. So, jetzt werden wir auch ein bisschen mehr auf Geschütze investieren. Dass wir vielleicht mal ein größeres Kaliber benutzen. Wir nehmen mal 25,4 cm. Und dann 12,7 cm Kassematten. So. Wunderbar. Dann natürlich den Rangefinder. Der ist jetzt deutlich besser. Das ist super. Wir hatten vorher nur... Wir hatten vorher nur... Hm. Base Accuracy. 4% hatten wir vorher. Das ist natürlich nix. Nachladen verbessern wir natürlich auch deutlich. Wir nehmen Tube Powder, würde ich sagen. Oder? Gun Range Minus. Gut, das ist egal. Schaden wird höher. Wir nehmen das einfach mal so hin. Wassereinbruch Minus. Verbesserte Schotten. So, jetzt knallen wir noch Funnels drauf. Also halt... Schornsteine. Zack, 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 zack. Jetzt wiegt er wieder zu viel. Das ist zum Kotzen. Machen wir das so. Hinten... Kann man vielleicht hinten ein paar Bett... Ne. Schade. Okay. Und dann versuchen wir unser Glück jetzt einfach nochmal. Hoffentlich klappt's diesmal. Jetzt haben wir nur einen schweren Kreuzer. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil so ein schwerer Kreuzer gegen drei schwere WTF... Das verstehe ich nicht. Na gut. Wir probieren unser Bestes. Ziehen natürlich das Feuer auf uns, wenn unsere Transporter in Ruhe gelassen werden. Wir haben die Panzerung, sie nicht. So, jetzt müssen wir natürlich den Gegner erstmal wieder finden. Und das dürfte ja wieder kein Problem sein. Wir haben 25 cm Geschütze. Somit eine Nachleidezeit von 23,8 Sekunden. Das ist echt wenig für das Kaliber. 8,4 Sekunden für die Kassematten. Das ist auch mega gut. Weil die Kassematten halt ein relativ kleines Kaliber haben. So, da sind sie wieder, unsere russischen Gegner. Jetzt fliegt hier wieder ein Hubschrauber übers Haus hinweg. Das ist natürlich super, wenn man gerade am Aufnehmen ist. Danke, Bundeswehr. So, die Iwate eröffnet natürlich aus allen Ruaren das Feuer. Auf das mittlere Schiff. Alles klar, warum nicht das vordere? Egal. Wir überlassen es einfach so. Wir haben auf 5,2 Zentimeter eine 4,4%ige Trefferchance. Das ist nicht hoch. Das ist nicht hoch. Sag ich euch, wie es ist. Ich bin natürlich von Wünschen, dass wir da ein paar Wirkungstreffer jetzt machen. Aber natürlich müssen sich die Kanonen auch erstmal einschießen. Also die Kanoniere. Wir müssen ja ungefähr mit, also wir müssen ja, weiß nicht, im Ersten Weltkrieg, wo du das... Ne, da hat man, nein, da hatte man noch keine Zielcomputer oder sowas, wo man eingestellt hat. Gut Entfernungen, so und so und so viel Kilometer und dann Winkel, das und das. Das gab es damals alles noch nicht. Das wurde alles noch über Fernglas und Karte gemacht. Das ist ja wirklich, wenn ich gesucht habe. Das ist heute natürlich alles ein bisschen anders. Heute hat man Laser-gesteuerte Raketen und GPS und Computerprogramme und alles. Das gab es alles damals nicht. Das darf man immer nicht vergessen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Deswegen sind die Schiffe heute, also die Kriegsschiffe heute, auch viel, mit viel weniger Besatzung bestattet. Weil man halt einfach nicht viel braucht. Da reichen 300 Mann für eine Fregatte. Ne, das darf man nicht vergessen. Weil der Rest macht der Computer so mäßig. So, jetzt fahren wir natürlich ziemlich dusselig in den Gegner rein. Wir hoffen einfach mal, dass die keine Torpedos... Okay, die sind Torpedos, das ist jetzt ganz schlecht. Aber die scheinen nur nach vorne zu sein, ne? Mal eben gucken. Das kann man sich ja anzeigen lassen, zum Glück. Ja, die haben nur nach vorne und hinten Torpedos. Das heißt, solange die uns nicht... Oh! Schwerer Treffer auf einem Kreuzer. Die haben eine Kanone verloren und brennen. Heilige Maria! Ich habe es endlich mal auf Video, so ein Flash-Fire. Uff. Noch Munitionsdepot explodiert. Jetzt geht es hier aber richtig los. Jetzt zeigen wir dem IBA mal, wo der Hammer hängt. Ja, okay, jetzt haben wir auch einen Treffer kassiert. Drei Stück, aber gut. Man kann ja nicht immer gewinnen. So lange unsere Schütze alle noch Feuerbereit sind, ist ja alles in Ordnung. Jetzt haben wir Wassereinbruch, aber das dürfte nicht das große Problem sein. Jetzt haben wir auch ordentlich auf die Schnauze gekriegt. Ich befehle mal abzurücken. Okay, unser ganzes Schiff steht lichterloh und flau und disinkt. Gut. Das ist klicklichst in die Hose gegangen, würde ich mal behaupten. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ziemlich viel Fail war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, Standpunkt jetzt. Wir haben 39 Abonnenten. Dann macht doch die 40 voll. Dann kriegt ihr immer Benachrichtigungen direkt an euer Handy, an euren PC, was auch immer, wenn ich ein Video hochlade. Das ist natürlich auch gut, da braucht ihr nicht immer suchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Star Wars, Far Cry, was auch immer. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüss.